So, der erste Stempel wird abgeholt, damit beginnt das Video auch wieder und ihr müsst mir 5 Pokémon verschicken für Pipi. Genau. Dann schauen wir mal, dass Pipi sich eintüten lässt, damit es schnell geht. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, okay, das bleibt natürlich jetzt nicht drin. Ich hab das Gefühl, wir werfen mal keine Bär, wir werfen mal den Superball, dass die Pokémon-Quests seltener sind und man andere Quests mit Bällen, Bären und Sternenstopp irgendwie häufiger bekommt und ich echt suchen muss, um euch hier eine Pokémon-Begegnung zu zeigen, die ich abschließen kann. Irgendwie seltener geworden, ich weiß nicht. Lasst es mal in den Kommentaren wissen, wie es bei euch ist, ob ich mich da nur im Gefühl vertue. Und hier haben wir die Bewertung. Ist leider nur ein 2-Sterne-Pokémon, also wirst du verschickt, Pipi. Ciao. So, dann holen wir den nächsten Stempel ab, den zweiten. Ich hab jetzt hier nur einen Stempel mit 1000-Stern-Shop erhalten und man muss jetzt im Sinn-Event, was ja nur übers Wochenende läuft, muss man 5-mal die Starter-Pokémon aus der Sinn-O-Region fangen. Da kriegt man 1000-Stern-Shop für, was ja eigentlich ziemlich einfach ist, weil die ziemlich häufig spornen und deswegen holen wir es ab, ohne groß zu labern, den 1000-Stern-Shop erledigt. So, der dritte Stempel ist nichts Spektakuläres, sondern nur 5 Superbälle. Ab immerhin hab ich wieder 5 neue Superbälle. So, holen wir den nächsten Stempel ab, es ist schon der vierte. Das heißt, noch 3-mal danach stempeln und dann gibt's das nächste Flight aus dem Forschungsdurchbruch. Und, okay, das ist jetzt nicht das Beste, was ich mir hier erhofft habe. Wadribi kommt hier aus dem Forschungsdurchbruch für Fange 5-mal zur Porze. Alles klar. Aber Wadribi ist wenigstens drin, das hat nicht so hohe Wettkampfpunkte, nervt nicht, so wie das Wilde. Und man sieht, ich hab's noch nicht entwickelt, weil ich kein gutes Männisches hab, oder beziehungsweise Weibliches hab. Das Männliche entwickelt sich ja nicht nur als Weibliche. Und das ist auch nicht gut, also wird das auch verschickt. Bye. So, holen wir jetzt den fünften Stempel ab. Ihr wisst ja, was aus der Kiste rauskommt. Ich weiß es auch, kein Legendäres. Aber mal schauen, ob wir ein Gutes bekommen. Das ist nämlich cool. Ich will nämlich eins mindestens, wenn es Gutes entwickeln können. Und hier hab ich einen Voltoball. Für Lande 5 gute Würfe, oder besser. Und ich hab dieses Voltoball mit großartig getroffen. Das sieht doch schon mal gut aus. Das heißt, gefangen. Und dann schauen wir mal. Ist natürlich auch der erste Fang des Tages. Genau, und dann schauen wir mal die Bewertung. Ist okay, ist aber zu schlecht zu halten, also wird's verschickt. So, den nächsten Stempel abholen. Und Stempel Nummer 6, das heißt, morgen können wir den nächsten Forschungsdurchbruch abholen. Und dann bin ich mal gespannt, wie gut das Pokémon morgen wird. So, dann ist es soweit. Wir holen jetzt den nächsten Forschungsdurchbruch ab. Wir wissen ja, was rauskommt. Und deswegen gönnen wir uns. Und hier haben wir ein Quapsel für Fange. Fünf wettergeboostete Pokémon. Das ist jetzt nichts Krasses. Aber ja, Quapsel nehmen wir uns natürlich mit. Hoffen natürlich, dass da ein Gutes rauskommt. Aber ich glaube, die V ist mal wieder schlecht, wie immer. Hauptsache, mein Flickneul wird gut. Das ist wichtig. Und wir werden es natürlich mit einer Zananderbeere versuchen zu fangen. Ich hoffe, es klappt. Ja, war schlecht. Das Quapsel wird verschickt. So, jetzt sind natürlich die Items wichtig, die ich bekomme. Sternstaub. 20 Pokébälle. Und 3000 Erfahrungspunkte. Und hoffentlich eine gute Begegnung. Und da ist das Flickneul. Ich habe keinen Plan, ob es gut ist. Ich probiere es natürlich mit der Zananderbeere. Pokéball, reicht das? Ja, das reicht. Das ist gut, aber schlecht getroffen. Leider. Traurigerweise. Schade. Aber wir kriegen es hin. Wir sollten es gefangen kriegen. Und wir kriegen ja doppelte Bonbons. Oder mehr Bonbons. Damit wir es gut entwickeln können. Genau. Ich habe schon die vollen Bonbons. Ich müsste halt nur ein Kilometer mit ihm laufen. Bewertung ist aber halt bescheiden. Also wird es verschickt. Bye. Bis zum nächsten Mal.